Meine Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Jordan gegen Samy. Unsere beiden Kandidaten treten insgesamt in zwölf Spielen gegeneinander an. Im ersten Spiel gibt es einen Punkt, im zweiten Spiel gibt es zwei Punkte und natürlich gibt es im zwölften Spiel zwölf Punkte. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, der gewinnt diesen Mercedes G63, den Automobile Essen für unsere Jungs gesponsert hat. 45, 45, fit in like a motorcar, I ain't regular, feel like Jordan wearing 45, traumatized, victimized, seen some of my niggas dive, like you off a base with a bat, when them niggas slide, homicide, genocide, televised, sympathize, but back your way in water to the niggas. Willkommen zum ersten Spiel. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Zwei Legenden verabschieden sich von uns. Bis siehe, ihr hättet, war es eine schöne Reise. Doch heute kann es zu einem nur sein. Jungs, ihr seid so schebbig, ja? Gehen wir doch einfach anfangen? Guck mal seinen Haar schnitt. Du siehst doch genauso aus wie ich. Was soll ich machen? Stimmt. Warte noch mal, der ist voll unlustig gewesen. Lach einfach. Okay, mach einmal deinen Move bitte, damit wir einmal lachen. Okay, drei, zwei, sechs. Schöne auf alle zwei Hunde und der dritte Hund geht jetzt in Sarg. Herr Sammy Jackson, begeben Sie sich bitte in Sarg. Ohne viel Regen, willkommen bei einer neuen Ausgabe, Jordan gegen Sammy. Junge, komm mal auch rüber. Herr Sammy Jackson, begeben Sie sich in den Sarg der Finsternis. So, Freunde, ich schwöre auf alles, gerade war ich noch gut gelaunt, ne? Weil, seitdem ich jetzt hier drin bin, ich schwöre es dir, man sieht jeden einzelnen Viech hier rum und fliegen, Alter. Wenn ich nicht mal heilig herauskomme, ich liebe euch. Herr Jordan Almani, ein weiser Mann sagte einst, das Leben hört dann auf, wenn es am schönsten ist. Begeben Sie sich in Ihrem Sarg. Freunde, wenn ich eine Sache habe, dann ist das Platzangst. Schürf, alles wird nervös. Aber ich kämpfe, denn ein weiser Mann hat mir gesagt, mach die Kamera aus, sonst hole ich dir in die Fresse. Spiel 1, lebendig begraben. In diesem Spiel geht es darum, dass beide Kandidaten lebendig begraben werden. Während sie unter der Erde liegen, werden sie mit den verschiedensten Substanzen beschüttet. Wie zum Beispiel abgelaufene Milch, Zwiebeln, vergammelte Tomaten, Rotkohl, Würmer, Katzenfutter, Mehl, Öl und natürlich auch Fischen. Hier herrscht kein Zeitlimit. Doch ein Haken gibt es an der ganzen Sache. Schrauben. Die Jungs haben acht Schrauben zu lösen. Und wer als erstes alle acht Schrauben gelöst hat, hat den ersten Punkt verdient und nimmt ihn heute mit nach Hause. Oh mein Gott. Sag einfach leise. Jungs, Mann, ist das kalt. Es ist nur eine Tomate, mein Ohr. Jungs. Okay, ein weiser Mann sagte mir eins. Erste Schrauben ist raus. Ein weiser Mann sagte mir eins. Einfach Single. Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde. Freunde, ich schraube alles. Ich habe Angst. Warum geht dieses Schrauben? Ich schraube es raus. Zweite Schraube ist raus. Ich habe eine Lohnerhöhung. Boah, ich zitter. Was ist das? Was ist das? Ich kriege keine Luft. Ich kriege keine Luft. Ich kriege die Schrauben nicht auf. Frecher Platz. Okay, einfach sing. Ich ging wie ein Ägypter, hab mit Zaugen geweint. War ein Voodoo-Kick. Ah, was war das? Nein, bitte nicht halt deine F... Nein. Ah, das ist ein Fisch. Ey, Jungs, seid ihr behindert? Das geht voll alles auf meine Kehle. Voodoo-Kick. Ah! So. Ah! Was ist das? Ah! 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 Boah! Boah! Ah! Ah! Oh. Ich kriege doch langsam Platzangst hier. Ich kriege keine Kraft. Ich kann nicht mehr! Ich hab ein Problem. Die Jungs sind cool. Er hat ein Problem. Und für jedes Problem gibt es eine Lösung. Ah! Was ist das? Ah! Jungs, was ist das? Das stinkt nach Kacke mit Zempf. Nein. Der Fisch ist neben mein Gesicht. Ich kriege Platzangst, sein Vater. Oh mein Gott. Freunde, weiter. Boah, Junge, bitte sag mal leiser oben, ja? Irgendwas, was... Pfff! Ah! 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 Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Brüder! Wer hat die Schrauben gemacht? Hey, ich hab drei Stück! Ah! Drei Schrauben schon? Ja, von acht! Was? Vorne mein Zahn! Alter, das ist so hart! Ey! Mach einfach weiter und halt das fest, Mann! Was war das? Was war das? Hä? Brot, ich hab fast... Ah, mein Zahn ist weg, Alter! Raus! Das ist so glitschig! Jungs, was ist das? Pfff! Boah, der Schicke! Ah! Weck up! Mach doch mal schneller, Junge! Ah, Freunde! Reicht das? Freunde, räucht das? Ich kann nicht mehr. Wie viel lange noch? Ich kann nicht mehr. Ich kann bin aber am Ende. Oh, ich weiß nicht, was hab ich mir für dich. Willst du wissen, was du jetzt in die Schraube? Was? Freunde, ich drehe mich zur Seite, wenn ich kräft mich über mich nicht. Freunde, was kommt noch bitte? Sag mir das mal meine Nase. Das stinkt nach Zwiebeln mit Kacke. Boah, ist das? Was ist das? Was ist das? Junge, halt das doch mal hoch, Mann! Jungs! Oh, Mann, ich krieg Platzangst. Ich schwör auf alles, ich hab so Platzangst. Boah, das stinkt! Boah, hör auf zu wackeln, Mann! Ich krieg Platzangst, was ist das? Ah! Rein, ich krieg so langsam keine Luft mehr, Jungs! Ich krieg so langsam keine Luft mehr! Ey, das reicht, das reicht! Junge, das reicht, Mann! Mach das hoch! Ey, ich krieg das nicht raus! Oh, Mann! Ich krieg noch Angst! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr atmen! Freunde, ich schwör auf alles, was ist das Schlimmste, was ich gemacht hab! Ich kann nicht mehr... Halt das Ding! Hoch, Mann! Halt das hoch! Du Kleine, hör dir mal zu! Was ist das? Was ist das? Ich kann nicht mehr, ich bin an meinem Ende! Ich bin an meinem Ende! Freunde, ich kann auch nicht mehr schrauben! Bitte, ich muss einfach nur noch... Freunde, mach das hoch! Ich krieg schwer Luft! Warte mal, warte mal! Mach das hoch, mach das hoch! Ich schwör mir, wird schwindelig! Mach es hoch! Halt dein Kopf, Mann! Jungs, ich bin ein Hund! Der Hund ist hier raus! Er ist ein Hund! Jungs, ich krieg Platz an! Er ist ein Hund! Jungs, ich hab Platzangst! Mach die Scheiße! So! Jetzt nehm ich mal wieder die Kamera! So, Jordan, wie fühlt das sich an, ha? Wie fühlt das sich an? Wie fühlt das sich an? Wie fühlt das sich an? Huh? Ja! Huh? ARD Text im Auftrag von Funk